Rost entfernen mit Schleifvlies-Scheibe Für die Restaurierung von Eisenteilen oder zum Entfernen von alten Lacken ist eine grobe Schleifvlies-Scheibe bestens geeignet. Reduzieren Sie für die Bearbeitung zuerst die Drehzahl des Winkelschleifers so weit, dass keine Funken entstehen. Der Rost lässt sich schnell, kraftvoll und materialschonend abtragen. So schafft die Schleifscheibe ein gleichmäßiges Schleifbild bis zur kompletten Abnutzung. Wirtschaftliches Arbeiten erreichen Sie, indem Sie immer von der Kante wegschleifen. Dadurch wird die Scheibe nicht beschädigt und verlängert deutlich deren Lebensdauer. Überzeugen Sie sich selbst!